Wieso nehmen wir den nicht mit? Mit was schießt man denn da? Ich glaube 5-5-6, das ist ein richtiges Spratzgerät. 100 Schuss in Folge. 5-5-6 habe ich, 160 Schuss. Würde ich mal nehmen? 5-5-6, Ammo habe ich auch noch abzugeben, 60 Schuss. Würde ich auch mal noch was nehmen. Ich habe noch 60. Über. Also anscheinend waren wir die Einzigen, die den AirDrop gemerkt haben. Oh ja, da habe ich das fette MG. Wenn du jetzt ein Auto kommst, einfach draufhalten. Dann fliegt das direkt in die Luft. Ich gehe hinten um die Brücke. Ich gehe hinten um die Brücke. Da muss ich langsam wieder wegbewegen. Ist nichts mehr drin, ne? Ne, ist leer. Ah, will einer noch 5-6 Monat haben? Mhm. Oh, da kommt wieder ein AirDrop. Jetzt müsst ihr auch wieder landen. Hallo. Kann man nicht abschießen? Nein. Komm, hier, komm schon. Ah, wo ist schon? Nein! Hier. Was soll der Scheiß? Oh, nicht genügend Platz. Scheiße. Hat keiner ein erweitertes Magazin PMP? Nö. Nö. Aber hat jemand ein Visier für das M16? Ich habe einen Rotpunkt. Aber hier kann ich trock dir was. Wenn du eine SKS finden solltest. Ja. Wäre auf jeden Fall Premium, ey. Kein Bock auf AKM eigentlich. Kreis ist gut für uns. Oh, ist der Vibrator angegangen. Mhm. Oh, der Kreis. Oh, geht ja. Oh, perfekt. Ja, wir müssen uns was schießen. Ich habe sonst nichts. Na ja, so schlecht sieht es von mir jetzt nicht aus. Was ist mit erster Hilfe Koffern baue ich los? Äh, gar keinen. Drei Stück. Drei Stück. Ich habe auch drei. Ich habe einen. Da können wir mal einen abgeben, würde ich sagen. So. Ich schmeiß mal einen hier hin. Ich dachte du hast keinen. Drei habe ich. Drei. Ah ne, denn hast du keinen. Ich hatte einen. Ich habe einen. Danke. Bitte. Wir müssen auf das Feld, ne? Fällt mir gar nicht. Ich. Ich gehe vor. Ich glaube. Ich schmeiß mal die Pfanne weg, der die stört bei meinem Outfit. Wo hast du ihn geschmissen? Die hält Schüsse auf. Ja. Echt jetzt? Mhm. Danke. Ist mir noch nie passiert, dass mir einer gegen den Arsch geschossen hat. Von daher. Braucht jemand einen Handgriff? ARMP? Gegen den Arsch. Oder in den Arsch. In den Arsch. Ja. So witzig. Komplett als. Als. Busch aus. Schön reingespritzt, ne? Sieht geil aus. Ne Gilly, ey. Kann man nicht sowas einfach von Anfang an direkt haben? Ja, ey. Schade, dass man das nicht in die Kisten hatte. Oder sich kaufen kann, eben. Ich wollte grad sagen, ey. So einen 9,90 Cent oder so. Das würd ich mir sogar holen, ey. Für 9,90 Cent. Gut. Wir könnten die einen schon hier Reibach machen, ey. Ich glaub die Leute würden's auch noch für 1,90 kaufen. Ja, dann läuft ja bei jeder im Busch rum. Im Vollpreis-Spiel, also wenn das irgendwann komplett draußen ist, soll alles Geld kosten, ne? Kisten muss man dann auch mit Schüsseln öffnen und so. Klar. Irgendwo doch klar, oder? Mhm. So wie man kommt. Rode Zone. Für irgendwas müssen die Punkte ja gut sein. Die man hier einspielen kann. Oh, oh. Woah. Das war, äh, knapp. Utsch. Haha. Schlecht voll ein. Du bestellst Gebäude. Schmeck. Erst Stufe 2 liegt hier. Oh, die kann ich schon gebrauchen. Oh, schmeck. Ich hab den noch gar nicht gelooten. Ich krieg noch nen Helm. Stufe 2 Westel ist immer noch hier. Geil. Ein Helm Stufe 2 oder Stufe 1? Äh, Stufe 1. Ah, hab ich gehört. Hier ist noch ne Polizei Westel. Hier ist noch ne Stufe 3 Westel. Stufe 2. In der Küche. Da hab ich auch aus dem Airdrop gesnatcht. M16 UMP liegt hier auch noch. Erweitertes Magazin Pistole. Auch ein erweitertes für MP. Okay. Oh, ein 4 Versuche. Nice. Braucht jemand 2 Versuche? Hier. Würde ich nehmen. Ein Bangenpolster für Scharfschätzengewehr? Hui, nehm ich mit. Ich hab auch schon Mündungsfeuer, Dempo und Schnellwechselmagazin. Ja, ich auch. Ich hab erweitertes Schnellwechselmagazin. Ich brauche ein erweitertes Magazin. Bitte. Vielen Dank. Oh, endlich kann ich damit zielen. Oh, endlich kann ich damit zielen. Erweitertes Magazin. Was wolltest du nochmal für nen Handgriff haben, Dennis? Hier liegen noch 25 Schuss. Das ist 9 Millimeter in der Garage hier. Ich bin voll. Oh, der Kreis. Ich hab gar keinen Handgriff. Ich wollte äh... Magazin. Aber das ist nicht eigentlich schon fast wieder der gleiche Kreis hier. Erweitertes Magazin. Hier. Zack. Wieso sagt denn hier keiner was? Oh, mein Spiel hat sich auch Aufgaben. Oh, mein Spiel hat sich auch Aufgaben. Oh, mein Spiel hat sich auch Aufgaben. Oh, ne ne. Tschüss. Horst closed the connection. Ach, komm schon. Da ist der Server wohl abgestürzt. Seid alle rausgeflogen? Ja. Toll. Klasse. Ja. Doch, ich war gerade so gut ekript. Ja, da muss ich noch eine machen. Kein Gegner gesehen, nix. Und zack, weg. Ich bin schon mal still auf Klo. Ich glaube, wir waren alleine am Server bestimmt. Ich mach aber mal grad ein Ziel. Oh, Gott. Tja, so ist der Touch. 冬, racism, große Begräte. Bist du noch ein Faschenčast? Wiev werden bemerkt. Bist du noch ein Faschenst. Bist du noch ein Faschenst nicht? Ja. Da ist er noch ein Faschen. Und wenn du noch ein Faschenst, BABY DUNKEY Mann, was dauert denn da wieder so lang hier? Ah, der Film macht schon einen Tee. Ein Tee? Kann ich eben Bier am trinken? Nach dem Ungesunden muss was Gesundes hier. Ja, nach jedem Bier einen Tee. Also die Runde hat mir auch keiner gewonnen. Bin ich mir sicher. Das sah ganz anders aus. Dieser Schlupfen geht gar nicht mehr weg. Der Robert hat mir auch geschrieben. Was denn? Er hat geschrieben, was hast du uns da eingefangen? Malaria? Ich bin völlig tot, Junge. Malaria? Muss man da im Immunsystem arbeiten? Keine Pizza mehr. Pizza? Verschreibt mir mal Dr.Edgar ein. Da musst du mal auf 2 erhöhen, wenn eine nicht reicht. Dr.Edgar. Ich hab auch eine Schokopizza hier, Dennis. Vom FIFA-Abend. Immer, ne? Ja, ich hab ja 2 geholt. Frisst du sowas denn? Das ist doch geil. Das ist doch keine Pizza, das ist doch eher ein Crepe oder so, ne? Nein, das ist eine Pizza, eine richtige. Mit Tomatenmark und Käse. Schokoladensoße, boah. Es gibt bestimmt Leute, die essen das. Bestimmt. Ich wollte eigentlich immer mal auf der Insel hier abspringen, jetzt weiß ich das, wie wir starten. Ich hab mich auch mal gefragt, ob da der Insel da oben ist. Bei der Bitchfight dahinten, ey. Wie der Kaiba H131. Come on, guy! Hier kann man ja keine Bitchfighten machen, ne? Ja, die laufen ja mal weg und holen sich Waffen, ey. Richtig. Vielleicht Hummus. Hummus? Richtig, Gaylord. Gaylord, fucker. Ui, das... Das wird nix. Also, ich springe Wasserstatt ab. Wo steht denn Wasserstatt? Wasserstatt ab. Horst springt bei Puschinski, ja. Ich glaub, das wird der noch nicht verschaffen. Der fliegt aus. Der fliegt, glaub ich, echt so mit 200 Koppeln direkt runter in den Boden. Sobald der rauskommt, fliegt der... ...die Granatfliehigkeit in den Boden. Aber bis dahinten schaff ich das auch nicht, ey. Ja, ich fliege jetzt auch da, wo Geld markiert ist. Fliegen zwar nur acht andere auch noch hin, aber okay. Hier ins Dorf, ne? Ja, ja. Ich glaub nicht, dass sie hier Waffen haben in dem Dorf. Ach du, Schande. Na ja, sind keine anderen. P-fertig. Oh, tschüss. Obwohl hier fliegen einige noch am Himmel, aber... Boah, keiner landet bei uns. Ah, da hinten, im Nachbardorf landet einer. Boah, das sind richtig Kackhäuser, ey. Oh doch, direkt hier vorne ist einer gelandet. Keine Ahnung, warum der mitten... Bei uns, oder? Der kommt hierhin gerannt. Nee, bei mir. Auto? Hallo? Matjörf, Matjörf! Was für ne Hütte, keine Waffe! Er hat sich ne Auto gesnatcht. Oh Gott. Ist er weggefahren, oder was? Ja, ja. Ich stand wohl ne Auto, als er sich hier noch nicht gefahren ist. Oh, ich bin ausgerüstet. Wenn er da kommt, schmeiß ich ne Rauchgranate. Wenn ich. Wenn ich. Und dann breche ich ihm von hinten das Genick. Ich hab ne VSS. Wahnsinn. Die nehm ich aber nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Also ich hab ne Kark und ne UNP. Das ist schön für dich. Ich hab gar nichts. Ich hab zwei Rauchgranaten.